Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ja, und dieses Mal machen wir mir also nur Postlesen. Ja, und... Jetzt machen wir irgendeine Quest. Ich glaub, hier drin ist auch eine Quest und ich bin einfach vorbeigeritten. Das ist einfach typisch. Das ist einfach typisch. Ich? Okay, gut. Okay, gutes Deutsch. Ja, manchmal verweckte ich schon so ein paar Sachen und... Dann ist es schon schwer zu wissen, was jetzt was ist. Okay. Gut, ich nehm diese Folge Cut im Anschluss von der letzten Folge auf. Wo wir irgendwie eigentlich fast nur Post gelesen haben. Im Guide Club angenommen haben und uns durchgelesen haben, was man bei dem Guide Club macht und so. Okay, ich muss mein Stück bekannt und sich... Mei nicht. Ich vergesse den Namen immer. Anna, wir scheinen ein Problem mit Rosi, der Kuh, die da hinten steht, zu haben. Sie hat sich in letzter Zeit komisch verhalten. Sie lässt ihren Kopf hängen, als wäre sie traurig oder so. Die Tierärztin war hier, aber konnte nichts feststellen. Ich bin mir aber sicher, dass etwas nicht richtig ist. Und ich kann es nicht aushalten, sie so zu sehen. Mir fällt gerade ein, dass Frau Horsworth ein Händchen für Rindvieh hat. Sie hat eine eigene Farm, als sie jung war. Sie erzählt noch oft Geschichten über die Kühe, die sie hatte. Als wären sie alle Freunde von ihr mit eigenen Persönlichkeiten. Vielleicht weiß sie, wie wir Rosi aufheitern können. Kannst du bitte mit ihr sprechen? Ja, das machen wir doch gerne. Okay, 16 Schillinge ist schon nicht so viel. Wenn man jetzt bedenkt, wie viel man verdient, wenn man größere Aufträge schon hat. Okay, gut. Aber mindestens kenne ich mich hier in Moulin schon mal aus. In dem Potfinder, da kenne ich mich auch aus. Obwohl ich immer die Verlängerung reite. Das ist auch einfach typisch. Ich reite immer die Verlängerung. Ja. Ja, ja, ja. Okay, nee. Also ich meine jetzt im Spiel reite ich immer die Verlängerung. Und jetzt stehe ich in der Lula-Listen. Du sagst, die Kuh ist traurig und du wirst, dass ich sie aufheitere? Ja, das wollen wir. Dann erzähl ich mal weiter. Ich hatte mal genau das gleiche Problem mit einer meiner Kühe. Ihr Name war Wendy. Und sie hatte die traurigen Augen der Welt bekommen. Sie stand in der Ecke, als wäre alle Hoffnung verloren. Aber ich habe sie geheilt. Kannst du dir vorstellen, was ich gemacht habe? Ich habe mich daran erinnert, dass sie einmal aus dem Gehege weggelaufen ist. Und ich sie in meinen Garten gefunden habe, wo sie Löwenzahn gefressen hat. Ich habe also Löwenzahn gepflückt und ein Gebräu daraus gekocht. Das ist dann Wendy vorgesetzt habe. Es hat wahre Wunder bewirkt. Warum versuchen wir nicht das gleiche mit einer Kuh? Bring mir fünf Löwenzahn und ich koche sie ein. Ja, okay. Bring mir die halt fünf Löwenzahn. Und drin, und drin, und drin. Ich habe ja in irgendeiner Fall gesagt, das würde ich hier schneiden. Aber mir ist aufgefallen, dass es nur von den Bäumen ist. Ja, das ist, ich glaube, Reit kann auch schon in die falsche Richtung. Das bin einfach ich. Ich gucke irgendwie entweder nur aufs Bildschirm, auf dem Bildschirm, oder nur auf die Karte. Oh, das muss man wieder stehen bleiben. Das läuft auch immer bei manchen Quests, wo du einfach dann immer so stehen bleiben musst. Obwohl du eigentlich voll schnell reiten, weiter reiten hättest, könne, hätten, können es. Oh. Es gibt, glaube ich, auch hier wieder mehr Löwenzahn, wie man braucht. Ja. Es gibt mehr Löwenzahn, wie man braucht. Ich bin mir fast bei allen Quests, so dass es mehr von demjenigen gibt, was man braucht. Wie das, was man jetzt hat. Okay, und jetzt müssen wir einfach wieder zurück, wieder zu der Frau Horseworth reiten. Und der hätte auch noch einer gestanden, mich auch nehmen hätten können. Oh Mann, ich bin fast gegen... Jetzt sehe ich die Frau Horseworth nicht. Ich bin fast gegen die Bank geritten, ne? Die sehen gut aus. Ich habe das Gebräu gleich für dich fertig. Hier ist dein Gebräu. Gib es ihr sofort. Und vergiss nicht, mit ihr zu sprechen, während du es ihr gibst. Jeder genießt ab und zu ein wenig Aufmerksamkeit. Viel Erfolg. Ja, danke für den Erfolg. Und diese machen wir ein paar mehr Schlinge. Okay, gut. Was haben wir denn hier? Okay, Rose Somerton hat den Klöpfen. Ähm... Firecraft Championat Zeit, eine Stunde. Ja, wir können auch nicht nach Firecraft, wenn man es so ausspricht. Ja, da können wir noch nicht hin. Okay. Und in unserem Garten wird gerade gesägt. Das hört man. Oder in unserem Nachbargarten oder so. Keine Ahnung, wo gesägt wird. Warum ist der jetzt? Hä? Habe ich eben eine Quest, die am Laufen ist? Wo muss ich denn... Ich muss einfach zu der Kuh und ich bin so unlogisch und da gerade, wo sollen wir jetzt hin? Welche Quest haben wir jetzt mal? Ah. Das hat gerade gebackt irgendwie. Ich muss aber zu der Kuh. Liebe Kuh, wir helfen dir jetzt. Ach so, okay, gut. Okay, gut. Ich stehe auch wieder in der Kuh. Oh. Oh, ich stehe irgendwie im Allen drin. Okay, jetzt haben wir ihr das Gebräu gegeben. Jetzt müssen wir, glaube ich, wieder zu May. Yeah, ich habe den Namen mal gewusst. Da reiten wir jetzt aber auch mal gemächlich hin. In so einem ganz leichten Galopp. Und hier zur May. Sieht tatsächlich glücklich aus. Was war der Trick? Löwenzahn? Wer hätte das gedacht? Ja, das hatte irgendwie niemand gedacht. Okay. Wenn du es halt nicht wusstest, dann bringt es dir auch nichts. Wo könnten wir jetzt eine Quest machen? Hier muss man es gucken. Laufend, keiner. Verfügbar. Okay. Ich glaube, wir gehen mal zum Schmied die Quest machen. Der ist ja auch eine Quest für uns, glaube ich. Komm, zum Schmied weiter. Ich möchte das Pferd auch mal weiter trainieren. Aber wir machen jetzt erstmal Quests. Und das Pferd trainier ich dann im Off. Und ich weiß nicht, wo ich bin. Ich sehe nichts. Da liegt irgendwas auf dem Boden. Das habe ich gesehen. Boah, hier ist so dunkel. Da sieht es so aus, als hätte ich so dunkelbraune Haare. Hm. Okay, gut. Na aber, hallo. Ich grüße dich und dein stattliches Pferd. Du siehst jung und stark aus. Vielleicht könntest du mir mit einer Kleinigkeit helfen. Mein alter Assistent Patrick soll zu mir letzten eine Lieferung feinster Werkzeuge aus der Jorvik stellen. Es war schon fast hier, als eines dieser Bobcat-Mädchen die Straße vor der Demos-Kas-Mine heruntergegast kam und ihn fast umgerannt hätte. Er hat sich so erschreckt, dass er den ganzen Weg hierher gerannt ist und dummerweise hat er auf dem Weg alle Werkzeuge fallen lassen. Er ist kein mutiger Mann und jetzt weigert er sich, die Werkzeuge zu suchen. Und sie liegen dort jetzt einfach rum und verrosten. Ich habe keine Zeit, selber nach ihnen zu suchen. Aber vielleicht könntest du für mich, könntest du das für mich machen. Ich wäre dir ewig dankbar, junge Dame. Die Fracht enthielt einen Hammer, einen Metallklammer und einen glänzenden Minenhacker aus feinstem Jorvik-Stahl. Ich wollte gerade sagen, Jorvik-Stahl? Hm? Okay, da müssen wir dahinter. Dreh, 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 hopps, das ist er. Oh. Ist ja logisch, dass man dann gleich hier oben rumreitet. Das geht ja viel schneller. Wir reiten da außen rum, wenn es diese Abkürzmöglichkeit gibt. Und da müssen wir auch noch bestimmt irgendwann bei irgendeiner Quest die Jorvik, die Brücke zum Jorvik-Stahl bauen. Okay, hier ist ein Zaun. Das wusste ich nicht. Sorry, Ash-Play. Oh, die geht so schlecht. Warum ist der was krass? Ja, okay. Ist ja logisch, wenn man wegrennt, rennt man wahrscheinlich auch übers. Krass. Langsam. Bisschen vor. Und dann haben wir es. Die Nummer 1. Und die Nummer 2 und 3 müssten hier irgendwo sein. Okay, hier. Ist das das nächste? Das letzte müsste hier irgendwo sein. Da hinten. Ich sehe es schon. Jetzt haben wir alles. Jetzt müssen wir zurück zum Schmied. Danach machen wir... Und danach beende ich auch diese Folge, glaube ich. Oder noch nicht? Nein. Oh. Ich glaube noch nicht. Ich glaube, ich muss noch eine Quest machen, weil sonst ist die Folge, glaube ich, zu kurz. Ich weiß es nicht. Ich gucke mal, wie viel Uhr. Wir haben eben beim Spiel sehen, auch wenn es wahrscheinlich schon nicht so lang geht. Oh. Was war denn das? Äh, es wackelt so, dass die Kamera wackelt einfach so hart. Die Kamera wackelt so hart. Die Kamera wackelt so hart. Wenn ich nur so galoppiere. Ah. Kamera. Kamera. Jetzt wahrscheinlich... Ja, okay, 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 okay. Die Kamera. Jetzt ist es schon ein bisschen besser geworden. Wenn ich mal sagen darf. Ah, du bist ein Engel, Anna. Das ist wirklich ein toller Tag. Ich bin so froh, dass du alle meine Werkzeuge gefunden hast. Okay, jetzt haben wir bei ihm auch keine Quest mehr. Mal gucken, was wir morgen für ihn machen können oder so. Komm, morgen zog mir. Dann werde ich anfangen, an ein paar richtig schönen Hufen zu arbeiten. Jetzt muss ich mich um meine Werkzeuge kümmern. Okay, gut. Okay, gut, ja, am nächsten Tag. Ich weiß das schon. Jetzt müssen wir erstmal rüber auf den Weg kommen. Ist da was? Ist da was? Gut, da ist der Weg. Und jetzt müssen wir... dahinter, wenn ich es richtig verstehe. Okay, da oben sind Quests. Ich weiß jetzt nicht, wo es da hingeht. Lass dich überraschen. Hopp, hopp, hopp. Ich glaube, da... Nee, da geht es nicht nach Fort Pinter, oder? Ging es hier nach Fort Pinter? Ach so, ja. Der Jasper hat ja noch eine Quest für uns. Ja, und da reichen wir dann jetzt mal ganz fix hin. Aber jetzt beenden wir erstmal diesen Part. Bis zum nächsten Mal. Ciao.